Wenn man zusammensitzt und sich ankuschelt und vielleicht sogar ein Glas Wein trinkt und mit dem Mund das weitergibt für einen Kuss, ja, das ist eine sexuelle Handlung, verdammt nochmal. Oder man sich einfach zusammensitzt, kuschelt und sagt, du hast vor viel gearbeitet, kann ich mal deinen Rücken ein bisschen massieren. Das sind alles sexuelle Handlungen und gerade die Frauen, die häufig den Vorwurf kriegen, hast ja kein Interesse mehr an Sex. Wenn die Männer in dem Programm sind und dann genickt haben, dann habe ich schon Frauen gehabt, die gesagt haben, Frau Gibbler, es läuft wieder bei uns. Mein Mann hat jetzt wieder Interesse auch und sagt, wir haben lange nicht gekustelt und dann machen wir uns das richtig schön zurecht. Und ich wollte mit dem Kessel Buntes anfangen, Leute. Das wird jetzt ein Blindschlug, Leute.